Fortbildung zu weit. Eine Fortbildung namens KISS und jetzt fragt mich, was sich KISS nennt, so weiß ich das nämlich auch erstmal nicht, ist ein Konsumreduktionskontakt. Um sich selber kontrollieren zu können und gucken zu können, von wegen, wie kann ich mit meinem Konsum umgehen. So, und ich mach dafür die Fortbildung, um dann selber erstmal zu wissen, wie das funktioniert und kann dann diese Informationen an euch weitergeben, wie man denn auf sich achten kann. Sehr gut. Damit das ein bisschen besser für euch läuft. Alles klar. Das ist erstmal der Bildungsurlaub, den ich mache. Anschließend hab ich meinen normalen Urlaub. Da kann ich euch ein Kasschen schreiben aus meinem Urlaub. Sehr gut. Eine E-Mail reicht auch. Eine E-Mail reicht auch. Ne, eine E-Mail hab ich da unten nicht. Ein abgelegenes Häuschen in der Tafkana. Kein Internetzugang. Tafkana. Ja gut. Ja, das war's davon. Danke schön.